Hey, Fresh Family, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Wir sind back in the building! Yeah, 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 what's going on, man? Yeah, ich boi Ben, ich boi Danny, ich boi Kayden, ich boi Kinaya, ich boi, ich bin müde. Ach ja. Leute, wir sind back, etwas vom Mist, ihr schreibt uns tagtäglich. Wann kommen neue Videos, macht mehr Vlogs und Pranks, let's go und so, bla, bla, bla. Jetzt sind wir da, und wir haben gedacht, heute ist der Tag geteilt und wir filmen einfach mit, die Kinder sind im Hintergrund aufgeregt, denn es geht heute in den... Toic is a play! Yes, that's it! Wir nehmen euch mit und wünschen euch viel Spaß! Seid gespannt, daumen nach oben, ihr wisst Bescheid, wir vlogen, nehmt euch mit, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare, die seit Tag 1 dabei sind und wir so müde haben. Wie lange sollen wir dabei jetzt auf Datum reinschreiben und wir wünschen euch viel Spaß! Kayden wollte euch was zeigen. Genau, tanzt ja. Das ist unser Müllmann im Haus, er muss immer den Müll rauskriegen, weil sonst bleibt er nämlich in der Wohnung. Papa, ich weiß, was ein Müllmann ist. Das ist sein Job für zu Hause. Papa, aua! Papa, gib mir aua! Und jetzt sind wir alle im Vorstuhl! Papa, aua! Papa, aua! Papa, aua! Wie? Aua? Wie, Aua, wer war das? Tyrese. Immer Tyrese jetzt, ne? Weil einmal Tyrese den verletzt hat. Tyrese, Tyrese hat mir die... Das war doch in Ghana, das ist doch schon lange geheilt. Ist schon lange weg, ne? So, wir haben es geschafft und sitzen endlich im Auto und wir haben gerade Elsa gesehen. Ja, Mama, wir haben echt Elsa gesehen. Unglaublich. Let it go, let it go, let it go, let it go. Nein, Mama, nein, Mama, nicht so? Olaf sagt so, Olaf. Olaf sagt das, ah, okay. Auf jeden Fall möchte Kina jetzt auch Elsa zu ihrem Geburtstag haben und mal gucken, ob wir sie auch eingeladen können. Ja, vielleicht, natürlich. Oha, ich weiß, mir fällt direkt, was ein Kostüm bestellt und dann muss Santa Jessica einstecken. Das ist doch lustig. Kina hat doch bald B-Day. Ja, Kina hat bald Geburtstag und dann wird sie drei Jahre alt. Ey, unglaublich, Leute. Ich weiß nicht, wie die Zeit vergeht, ne? Habt ihr eigentlich auch Kinder, Leute? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Verdammt auch, wir müssen schnell machen, weil sonst sind wir zu alt. Wir müssen noch zulegen. Auf jeden Fall, Leute, wir sind auf dem Weg und wechseln jetzt einmal das Thema. Seid gespannt und macht gerne das Abo weg. So, jetzt sind wir da, Leute. Okay, schau, 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 schau. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, Leute, ich... Es ist übertrieben voll. Es ist übertrieben voll. Ich lasse das nächste Mal mit den Kids alleine und werde euch dann später abholen. Ja, alles klar. Fingerschwur. Hallo. Hallo. Hallo, hast du Lust jetzt auch Kids on Play? Ja. Yes. Es geht hier schon los. Mama, 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 Mama ist angekommen. Ja, geh schnell durch. Serena und Kayden sind schon voll dabei, Leute. Seid mal. Es ist Spider-Man. Und ein Spider-Man. Ein Spider-Man. Ein Spider-Man. Wow. Wow. So hoch hast du fest. Du schaffst das. Und wieder runterklettern, wenn er nicht springt. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Serena. Kinaya hier am rumhüpfen. Sehr gut. Nein. Es ist voll. Ich kann gar nicht mit ihm mit filmen. ich komme hier nicht raus. Wow, Kina ist richtig mutig hier. Kinaja. Wow, Kilden, richtig so ein Kletterboy. Richtig gut. Ich hätte, glaube ich, lieber unten warten sollen, oder? Ja? Schaffst du das? Ja? Wie soll ich denn da runter kommen jetzt? Okay, dann wünsche ich mich jetzt irgendwie hier durch. Hallo, ich will auch da durch. Aber ich komme nicht. Oh, Mama ist zu groß. Hilfe, Aas! Guck mal, Kinaja. So, Kilden baut jetzt hier einen Turm. Mama, was sollst du über das Dach? Das ist das Dach. Vielleicht musst du erstmal die anderen nehmen, die da hinten liegen. Und dann machen wir das als Dach. Okay? Genau, mach den mal so, dann hält das besser. Noch so einen? Haben wir noch so einen? Kina, guck zu. Sehr gut. Sehr gut, mein Schatz. So, wir sind jetzt noch was essen gegangen. In unserem Stammrestaurant. Was haben wir bestellt? Was hast du bestellt? Erzähl mal. Hier Kategorie Crazy Potato habe ich mir. Hier Chuck Berry bestellt. Seid gespannt. Das kommt gleich und dann seht ihr das. So lecker, man. Und Kilden, was hast du bestellt? Kleinen Hotdog mit Senf und Ketchup und Pommes mit Meistern. Lecker. Und Kinaja, du? Ähm, Hotdog und Pommes. Was? Was hast du bestellt? Was? Hotdog und Pommes. Hotdog? Hotdog? Ja? Hotdog und Pommes. Hey, mein Schatz, hast du Joghurt bestellt? Ähm, nein. Hotdog und Pommes. Ich hab noch nie Hotdog gehört. Hotdog ist ein Hotdog. Sag mal Hotdog. Hot. 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 Mit Hot. Mit Hot. Mit Hot. Mit Hot. Ich möchte Pommes und Chicken. Chicken. Achso, Chicken haben wir auch noch bestellt, ja. Und du, was hast du bestellt? Ich hab auch eine Kartoffel bestellt mit Hähnchen, Wurst, Mais. Du bist auch so eine Kartoffel. Und schau viel Jungs, du bist eine Kartoffel. Papa, gib mir mal fünf. Ich geb dir fünf. Ich geb mir zehn. Ich geb dir zehn. Okay, soll ich die Kamera mal freilassen? Nein, da liegen wir. Papa, gib mir zehn. Hast du das schon mal gesehen? Hast du das schon mal gesehen? Nein, das darfst du mal schon sehen. Das kann sich reiben. Das hat sich echt gereimt. Nämlich ehrlich. Gib mir eine fünf, gib mir eine zehn. Hast du das hier schon gesehen? Nein, nicht so. Das ist Schummel. Das ist Schummel. Das ist Schummel. Das ist Schummel, ne? Mhm. Papa, guck mal. Was ist das? Ein Dreieck. Oh, ein Dreieck. Ein Dreieck. Zeig mal. Zeig mal. Oh, Alter. Das ist echt ein Herz. So, unser Essen ist da. Das ist meine Kartoffeln. Das sind seine delisiöse Kartoffeln. Ich kriege den Beischel in seinen Hot Tops. Was haben wir, dass du dreckst? Park Pommes. Wir haben uns noch Chicken Wings gegönnt. Und Kinaya gönnt sich auch ihren Hot Tops. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit.